Herzlich willkommen in der US-Botschaft Berlin. Mein Name ist Jeremy Fowler, stellvertretender Kulturattaché. In einer Serie von kurzen Videos möchten wir Ihnen die Kunst der amerikanischen Botschaft Berlin vorstellen. Die in diesem Rahmen gezeigten Werke wurden von den innovativsten und angesetzten amerikanischen Künstlern der heutigen Zeit geschaffen. Diese Drücke, Fotografien und Gemälde stehen aber auch für unsere politischen und kulturellen Hauptanliegen und reflektieren gleichzeitig die kulturelle Vielfalt der Vereinigten Staaten von Amerika. Viel Spaß!